Ende Hallo liebe Kinder Freunde Heute wollen wir eine ganz besondere Show machen und zwar von der Brachal-Weichtal-Hütte und Weichtal-Haus aus genau auf den Klosterwand Wettbedingungen sind, naja, noch nicht so ganz aber wir werden unsere Gruppe probieren und werden den Weichtal-Klamping auflaufen und das ist vollkommen anders Ihr kommt einfach mal bitte Drei 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Wir haben hier einen Pfeil. Das ist so wie bei der Schnitzeljagd. Man folgt dem Pfeil und erblickt eine Kette. Man hangelt sich an dieser Kette empor und erreichst ein paar Stufen, die einem dann helfen, dort emporzusteigen. Das ist so wie bei der Schlepp-Lotow-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nur noch ein kurzes Stück, dann sind wir oben. Wir blicken ein bisschen hinab auf unseren Aufstiegsweg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020